Was ist der Vorstand der Deutschen Bundesbank? Der Vorstand der Deutschen Bundesbank hat Anfang 2013 sein Goldlagerstätten-Konzept der Öffentlichkeit vorgestellt. Hierin war vorgesehen, dass bis spätestens 2020 über 50 Prozent des Goldes in Frankfurt lagern sollen. Im letzten Jahr wurden die Transporte aus der FED New York abgeschlossen und im Sommer diesen Jahres wurden die Transporte aus der Bank de France abgeschlossen. Sodass wir jetzt gut drei Jahre vor dem Zeitplan mehr als 50 Prozent der deutschen Goldreserven in Frankfurt haben. Dieses war nur möglich, weil wir sehr gut mit unseren Partnernotenbanken in New York und Paris zusammengearbeitet haben und weil auch die Mitarbeiter der Bundesbank sehr professionell und zielgerichtet gearbeitet haben. Das war's für heute.